Liebe Gemeinde, wir sind zurück. Wir waren gerade bei unserem absoluten Masterplan umzusetzen, aber Tordal hat uns Probleme gemacht. Wie klären wir das? Ich bin ein Genie. Sekunde. Wir müssen... Ach ja, wir müssen das Territorium zuerst einnehmen, bevor wir das machen können. Haben wir... Wir haben es noch nicht ein... Ah doch, haben wir. Wir werden folgendes machen. Wir werden Tordal einmauern. Das müssen wir, bis das Territorium eingenommen haben. Wobei, ich glaube, das wird schwierig werden, in einem zu mauern. Die Palisaden werden dafür schon reichen, denke ich. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ei, verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Sofort. Wie ihr wünscht. Jawohl. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Der Außenpostentyp ist gleich da. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, jetzt kommt unsere Planung. Wir bauen... ...da unsere kleine Aktion hin. Wenn das erlaubt ist, ist es nicht. Ah, toll. Wir müssen einfach nur einmauern. Irgendwo. Hier. Hier in dieser Region. Jawohl. Ritter, wie geht's euch? Jawohl. Jawohl. Jetzt müssen wir ihn ein bisschen dahin locken. Und da beschäftigt halten. Dann müssen wir die Bäume ein bisschen beseitigen, damit wir ein bisschen was sehen können. Ei. Sofort. Ich werde angegriffen. Und unsere Armee so muss er ganz kurz intervenieren. Die dürfen unser Territorium nicht zurücknehmen. Wir werden angegriffen. Wir brauchen dieses Territorium. Unser Dieb wurde getötet. Ja, unser Dieb ist uns egal. Jetzt können wir den Gegenangriff durchführen und müssen nebenbei immer sicherstellen, dass unsere Ritter tordol schön... Wie ihr wünscht. ...inter Kontrolle behalten. Kämpft weiter! Wir werden angegriffen! Ei. Wie ihr wünscht. Kämpft weiter! Jawohl. Auf euren Befehl. Ei. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wo bleiben unsere Leute, die die Mauer bauen wollen? Schon unterwegs. Ei. Wir können den Jungen nicht allzu lange auf euren Befehl. Beschäftigt halten. Sofort. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Jawohl. Verstanden. Könnte zeitlich sehr knapp werden. Wir werden angegriffen. Verstärkungen. In den Kampf. Es gibt kein Zurück. An die Front. Belagungsgerät. Nach vorne. Alles nach vorne. Ritter. Sofort. Wo sind unsere Mauerbauer? Wir werden angegriffen. Müssten wir bald da sein. Wo bleiben die? Schon unterwegs. Alles klar. Vorwärts. Sofort. Verstanden. Wir dürfen nicht allzu lange warten. Verstanden. Ei. Selten dann auch nach vorne. Oh oh. Alles klar. Den Krieg geht das ganz schlecht. Wie ihr wünscht. Ich werde angegriffen. So. Fokussiert er sich immer noch auf? Okay. Ich glaube der Krieg kann sich gerade regenerieren. Ramme. Nach vorne. Zum Torm. Wir werden angegriffen. Ach. Wo bleiben die Mauerleute? Die Strecke ist viel zu... Da kommen die erst. Oh scheiße. Das könnte knapp werden. Sofort. Wir werden angegriffen. Ihr. Ne. Söldner. Ihr. Rammekarren. Bogenschützen. Halt die Mauern sauber. Ei. Schon unterwegs. Ihr bleibt ein bisschen in Bewegung. Ei. Alles klar. Sofort. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Wir schaffen den einzumauern. Dann haben wir mehr oder weniger gewonnen. Ramme. Aufbauen. Hier ist Platz. Wenn ich sage, dass da Platz ist, dann ist da Platz. Alles klar. Jawohl. Auf euren Befehl. Sofort. So. Wie ihr wünscht. Hier ist Kraft der Hackmann. Nicht aufgeben. Alles klar. Jetzt greift der Hackmann an. Sofort. Ramme. Durch. Ich werde angegriffen. Jetzt greift der Krüger an. Das ist gut. Ei. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. In Bewegung bleiben. Mauerleute. Wo bleibt ihr? Bewegung, Bewegung. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Sofort. Sofort. Jawohl. Sofort. Alles klar. Schon unterwegs. Jawohl. Ja, ja, ja. Auf euren Befehl. Sofort. Jetzt raus. Nimm das. Wir haben das. Du. Wir haben gerade Tor eingemauert. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Was denkst du, was du da gerade machst, mein Freund? Schon unterwegs. Jetzt haben wir noch fünf Minuten, um zum Außenposten vorzustoßen, den Platz zu machen. Und das ist unser Ziel. Na dann, voran! Ihr gebt da. Lasst euch von nichts aufhalten. Katapulte. Mitkommen. Munition. Mitkommen. Der ganze Rest von euch kämpft hier gegen die Leute an. Ihr da. In den Kampf. So, jetzt wo wir diesen unsterblichen Gott kurz mal neutralisiert haben. Mithilfe eines einfachen Straßenbaus. Ja, da guckst du blöd, was? Straßenbau, äh, Mauerbau. Ich glaube, der guckt mindestens genauso blöd wie die Westberliner damals. Huch, wo kommt das jetzt plötzlich her? Auf eurem Befehl. Jawohl. Bleibt wachsam. Bleibt wachsam. Beschützt dieses Ziel. Macht Platz. Die Problematik ist, kommt unser Typ zur Einnahme des Turms schnell genug an, um das zu machen. Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn wir tatsächlich die Mauer einstampfen und einfach die Leute darunter schießen und den Außenposten einnehmen. Wir haben jetzt keine Eile mehr. Okay, wir haben noch genügend Eile, aber sollten wir, wir können nicht riskieren, dass wir die, was haben wir jetzt kaputt geschossen? Wir können nicht riskieren, dass wir unser Typ, der den Außenposten einnehmen soll, dann zu langsam ist. Wegschießen. Wo sind unsere Söldnerbogen schützen? Mitkommen. In den Kampf. Nicht aufgeben. So, der Außenposten ist jetzt so gut wie unser. Jawohl. Unser. Wir haben ein Territorygeld angenommen. So einfach ist das. Die Priester sind nun schutzlos. Ihr müsst die Gegend beim Schöpfen packen und die Priester vernichten. Rettet jeden Priester und verbannt ihn. Alles klar. Komm, Tuch. Du. Verzieh dich. Du, verzieh dich. Raus hier. Wir wohnen hier jetzt. Tschüss. Das Ritualplatz wird zerstört. Dadurch wohnen die Priester Opfer ihrer eigenen Macht. Wir haben den Plan des Feinds vereitelt. Unsere dämonische Macht ist wiedergekehrt. Der Fimbul-Ventat hat ein Ende. An diesem Ort soll also die Mitgliedschlangen aus der Erde her emporsteigen. Und allem, was es dem Untergang bringt. Ja. Und der bleibt jetzt erstmal da drin. Sie sollte sich erheben und die Säulen der Welt zerbeißen. jene, auf denen das Wolkendach Oal-Hananas lastet. Dann wäre der Himmel herabgefallen. Verstanden. Ihr wagt es euch, euer Order Odins zu ersetzen? Für diese Frechheit werde ich eure Schreck nicht bestrafen. Wenn nicht die Midgard-Schlange... Ich sein, glaube ich. Wir können einen Gott nicht töten, aber wir können ihm sein irdisches Handlungsinstrument berauben. Ja, machen wir auch. Ach du Scheiße. Gut. Das wird jetzt, glaube ich, nicht so schwierig sein. Unsere Truppen stehen mehr oder weniger bereit. Wir haben wenig Verluste erlitten während dieses Anlaufs. Schon unterwegs. Weil wir halt den Kollegen hier mal kurz sichergestellt haben. Auf euren Befehl. Jawohl. Wir klopfen da mal höflich an und fragen mal, was da Sache ist. Dann gehen wir durch, reißen das Lagerhaus ab. Denn ich mache garantiert nicht die Mühe, dass wir uns zur Burg durchkämpfen. Dann müssen wir nämlich tiefer in die Stadt und dann haben die Gegner möglicherweise noch Verstärkung. Das wollen wir alles nicht. Ihr... Beschützt dies. Nein, das sind Bogenschützen. Bogenschützen an Ramböcken ist eine schlechte Idee. Schon unterwegs. Oh, natürlich wird es direkt in der Winter. Wir holen auch noch besser einen Trupp, äh... Einen weiteren Trupp Schwertkämpfer als Verstärkung hinzu. Das Einzige, was wir noch anwerben können an Truppen. Jawohl. Ihr. Ihr Ramme. Oder er. Aufbauen. Jawohl. Dem machen wir ein bisschen Platz. Und dann klopfen wir mal höflich an. Dann klopfen wir nochmal höflich an. Ach du Scheiße. Jetzt geht es gleich los. Und unsere... Aber unsere Heldung ist ja untötbar. Ei. Das heißt, wir können wieder mit... Bevor irgendwas abstürzt, wird gespeichert. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Ritter zuerst. Abbauen. Oder wieder aufbauen von mir aus. Und einfach direkt an... Alles klar. Die Hauptarmee lassen wir ein bisschen zurück hier. Wie ihr wünscht. Wir brauchen nichts anderes als ein bisschen... Schutz für den Rambock. Die Hauptarmee lassen wir zurück, habe ich gesagt. Ist das so schwer zu verstehen? Okay, bauen wir jetzt wieder ab. Und bringen es dann direkt zum Stadttor. Oh nein. Das ist ganz blöd. Wie machen wir das? Alles klar. Nur einen Weg. Wir werden die Mauer abreißen, wo das Katapult hingestellt wird. Zu wenig Platz sehe ich nicht ein. Es muss Platz geben. Wir müssen die Mauer einstampfen. Sonst kommen wir da nicht durch. Ihr. Hi. Randa. Schon unterwegs. Es ist mir egal, dass ihr nicht qualifiziert seid. Ihr müsst diese Mauer einrammen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Wie kriegen wir dieses Katapult aus dem Weg? Wir könnten ja theoretisch lassen diese Mauer hier platt machen und dann da durchgehen. Nein, das Katapult ist ein Problem. Aber wir klopfen einfach. Wir ramfen einfach die Mauer ein und dann finden wir einen Weg, das Teil hier platt zu kriegen. Wir kriegen schon irgendwie hin, dass wir da hier... Ja, hier unten können wir auf jeden Fall drei Katapulte aufstellen. Wir müssen da nur eine Ablenkung erschaffen. Hey, Verstärkung! Zum Angriff! Wo habt ihr Schaden herbekommen? Ja, da fragen wir mal nicht weiter. Mehr Bogenschützen. Schon unterwegs! Nein! Schon unterwegs! Waffen sind, was die Belagerung entscheidet. Oder wir sind ganz aggressiv und stampfen einfach die Mauer hier komplett ein. Darauf wird es denn auslaufen. Wir stampfen die komplette Mauer ein. Dann geht der Turm auch mit und dann haben wir keine Probleme mit dem Katapult. So, jetzt das. Oh nein! Halt! Stopp! Schon unterwegs! Ramme! Mach platt! Wo sind unsere Truppen? Hier hin! Auf euren Befehl! Bogenschützen! Hier stehen bleiben! Ritter! An die vorderste Front! Ja, würdet ihr euch mal bewegen? Ihr! Platz da! Die Ritter müssen durch! Hängt sie fest? Ach, ich weiß nicht. Ja, guck mal, was hat sich festgehängt. Das ist ja schon super. Was, wenn einer von den Leuten hier kurz mal das Tor aufmacht? Vielleicht hängt sie im Tor irgendwie fest. Wie? Wie hat sie... Schon unterwegs! Will ich jetzt eigentlich genau wissen, wie sie sich festgehangen hat? Das einzige, was hilft, ist, dass wir die feindliche Armee platt kriegen. Was macht ihr denn hier? Wie ihr... Die Bresche! Faules Gesocks! So, das machen wir auch schon mal bereit. So, klopfen wir kurz in die Mauer ein. Das braucht ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Die reparieren dagegen. Das könnte schwierig werden, wenn die Mauer anstampfen, wenn die die ganze Zeit dagegen halten. Ich sehe doch, dass die Truppen da in dieser Burg drin haben. Und das ist bestimmt ein riesiger Haufen, der aufeinander gestapelt wurde. Wir gehen gar nicht erst in die Nähe in dieser Burg. Okay, wir müssen in den ganz sauren Apfel reinbeißen. Beschützt dies! Haltet die Augen offen! Wir benutzen unsere Katapulte, um nach Katapulte wegzuschießen. Wir haben keine Chance, die Mauer wegzuhauen, sondern dagegen gehalten wird. Von dieser aktiven und sehr engagierten Bevölkerung. Katapulte! Ei! Okay, die haben keine Chance, da ranzukommen. Das ist also sehr toll. Gut. Wie machen wir das jetzt? Rambock! Jetzt! Oh, guck mal, die liefern uns die Munition, mit der wir die ausschalten können. Ei! Und jetzt das Katapult wegmachen. Auf euren Befehl! Wieso können wir das nicht in den Beschuss nehmen? Hä? Zum Angriff! Und jetzt verlieren wir ein Katapult. Weil wir dieses Katapult nicht beschießen können. Warum? Dann halt so. Können die Ritter jetzt durch? Ah, nicht mal wirklich. Egal, Katapulte. Lager aus dem Platz schießen. Ihr, sorgt für ein bisschen Munition. Und Munition, sorgt für Munition. Erbeutet, was ihr könnt. Erbeutet, was ihr könnt. Nehmt alles mit! Haltet die Augen offen. Erobert das Ziel! Schnappt euch den Karren! Erbeutet, was ihr könnt! Und ihr, sorgt den da. So, ihr flöhnt weiter. Schnappt euch den Karrens! Schnappt euch den Karrens! Erbeutet, was ihr könnt! Erobert das Ziel! Einsacken und Abmarsch! Einem Steinmetz fehlt es ein Stein! Ja, Stein dürfte kein Problem mehr sein, glaube ich. So. Bis zur Burg gehen wir gar nicht erst. Nehmt alles mit! Jetzt haben wir, glaube ich, alles mitgenommen, was sie noch übrig hatten. Und Tschüss! Tor! Ins Gesicht. Die Festung des Asenherrschers ist gefallen. Wenn wir noch Platz hätten, könnten wir ja noch eine Stadt hinsetzen. Bitte kommt zu mir, Ratte der Apokalypse. Ja, klar.